Meine Damen und Herren, ich bin kackenaufgeregt und das ist mir jetzt gerade scheißegal, weil 5 Männer grinsen mich an und ich darf feierlich und vom tiefsten Herzen verkünden, herzlich willkommen zum deutschen Webvideopreis! Liebe Schnittchen, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstagmorgen am 13. Juni 2015. Wie ich bereits im letzten Video angekündigt habe, bin ich heute in Düsseldorf und zwar im Castello zum Webvideopreis 2015, das heißt es ist jetzt 9.20 Uhr und jetzt werde ich mich auf den Weg zu Carsten und Hannah machen, die dann einsammeln und dann werden wir uns zum Castello nach Düsseldorf bewegen. Aber bevor ich das mache, habe ich erstmal eine 3 Stunden lange Autofahrt vor mir, also dann, ja, ich vermute mal, wir sehen uns dann gleich bei Hannah und Carsten wieder, also bis gleich. So liebe Schnittchen, ich bin jetzt bei Carsten und Hannah angekommen nach einer 3,5 Stunden Autobahnfahrt, 150 Tempomat auf Autobahnen durchgehend. Ähm, ja, ich bin jetzt bei den beiden angekommen, erstmal hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Echt gesprächig diese beiden, ähm, das ist auch das erste Mal, dass wir uns sehen. Ich muss es, wir müssen übrigens in zwei Kameras gucken, für die, die es nicht wissen, denn einerseits hat Carsten eine Kamera und andererseits habe ich eine Kamera. Wir sind gerade untereinander, stehen gerade untereinander. Ähm, ja, eigentlich schon, ne? Ich muss mein Handy-Video machen, ja, eigentlich schon, ne? Ich muss mein Foto unter den Einbrennen. Kann man gleich mal machen, genau. Heute ist der Webvideopreis 2015 im Castello in Düsseldorf. Darauf freuen wir uns natürlich, sind auch live mit dabei. Werden dazu auch, äh, Videos drehen, jetzt wollte ich gerade Filme sagen. Werden dazu auch, äh, Videos drehen. Hast du mein Drehbuch gelesen? Dein Drehbuch gelesen? Ja, für den Film. Achso, ne, noch nicht. Kommt noch. Der Autofahrt, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich mich ja so auf dem Kühlgrill, so einen Halter für so einen Buch, weißt du, und dann geht das los. Ich würde an dieser Stelle einfach mal das Mikrofon an Carsten oder Hannah übergeben, wer von euch bei noch was sagen möchte, ähm, denn jetzt kommen wir zu dem Part, wo wir kurz darüber sprechen, worüber wir uns freuen und ich freue mich auf Piet's Meet. Ja, unter anderem, unter anderem natürlich freue ich mich auch auf die Piet's Meet Jungs, ähm, dann auch Ralf Rote, der ja richtig geile Comiczeichnungen macht und mit seiner Werbeparodie Video Nummer 5, glaube ich, nominiert ist. Und, äh, LeFloid, weil der einfach, äh, mega geile News-Videos macht. Weiß nicht, ähm, wo kommt noch was? Ich weiß, Lena Meyer-Landrut, die hielt ne Lausatio, aber ich weiß nicht, die kann ich irgendwie persönlich nicht so reichen. Lena kommt. Lena Meyer-Landrut kommt, ja. Die hielt ne Lausatio irgendwo, weil ich gelesen hab zumindest. Da können die sich ja was für Päne abgucken. Auch erstmal Handy raus. Die Juni von heute halt, ne? Ja, hallo, worauf freust du die Lüge hin? Ähm, ja, gute Frage, auf wen freu ich mich alles? Also halt, Piet's Meet, ähm, ja, eigentlich auch dann nur LeFloid und Rote, weil ich auch bei mir nicht weiß, wer alles so kommt. Ähm, ja, bei Rote hoffe ich halt, dass ich vielleicht mal sowas wie eine coole Unterschrift mit einer kleinen Zeichnung bekommen kann. Mal schauen. Ein Block ist auf jeden Fall eingepackt. Ansonsten müssen wir mal gucken, wen wir so alles treffen, wen man dann davon auch noch kennt. Ja. Sollt ihr wieder? Brahms Verletzung war letztes Wochenende bei Rock am Ring. Das heißt, äh, ich denke mal, er kommt. Allerdings weiß Peter das noch nicht, weil er sich gestern laut Twitter eine, ähm, Fußverletzung zugezogen hat und seit gestern für sieben Tage auf Rücken ist. Ich muss mir immer das Bild vorstellen, wie die ja beide mit Rücken rumlaufen. Ja, wie gesagt, jetzt bringt mein Akku-Anzeige schon, das ist übrigens nur ein Bug, also nicht wundern, ja. Ein Super-Kamera. Entschuldigung, der hat 150 Euro gekostet, was willst du erwarten? Ein 500 Euro Kamerkraft. Ja, ich zeichne mit 60 FPS auf 1080i auf. Echt? Auch mit 60 FPS? Okay, jetzt bin ich neidisch. Leider sieht aber auch schon... Wir unterhalten uns jetzt nicht über Kameras, meine Güte. What the fuck geht hier ab? Äh, jetzt ist nicht die Unterhaltung mit Kameras, sondern für den Wertvideopreis. Wir freuen uns auf jeden Fall und werden nachher, bevor wir losfahren, nochmal aus dem Auto berichten für ein paar Sekunden. Ja, ähm, freu dich auch gleich nach einer Sekunde. Bis dahin, haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss. Das kommt noch mit rein. So, wir sind dann mittlerweile auch im Auto angekommen, auf dem Weg nach Düsseldorf zum Castello. Äh, wir sind jetzt schon früher auf dem Weg. Mal ganz kurz gucken. 13.55 Uhr, das heißt zwei Stunden bevor... Drei Stunden... äh, zwei Stunden bevor der eigentlich offizielle Einlass ist. Ja, wir hoffen einfach, dass wir ein paar Kreis kriegen und dann, äh, früher... So früh wie möglich ist immer gut, oder? Ja. Dass wir gut durchkommen in Oberhausen. Ja, weil... Jetzt hast du es verraten. Dein Problem. Wir wurden ja auch nur 250.000 Leute. Ja. Da freuen wir uns sicher auch nichts von der Umgebung her. Ähm, naja, wie dem auch sei. Jetzt auf zum Castello und, äh, hoffen wir, dass wir nicht irgendwie in den Stau geraten oder sowas. Alles klar. Bis deine. Liebe Schnittchen, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir haben jetzt geparkt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Castello. Und das Castello ist da hinten. Man kann es sich noch nicht sehen. Ähm, Carsten und Hanna sind natürlich auch dabei. Hi. So, und Carsten filmt nur sich. Das ist natürlich sehr nett. Ja. Ja, wir sind jetzt wie gesagt auf dem Weg, hoppala, zum Castello. Ähm, und schauen mal, was da schon so abgeht. Und wir haben hier auf so einer komischen Nebenstraße geparkt. Das ist in so einem Industriegebiet. Und Carsten dachte, dass es im Wohngebiet wäre. Und deswegen sagte er, dass wir hier wahrscheinlich keine Parkplätze bekommen werden. Äh, aber ich habe dann gesagt, gebe ich einen Fakt drauf. Ich finde hier Parkplätze. Hier sind Parkplätze. Und voila, hier sind Parkplätze. Sogar immens viele. Ja, und zwar, keine Ahnung, 500 Meter von den Binnen weg. Ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, alter Vater. Die Skodas sind von, äh, sind von Skoda gesponsert. Ja, für den Webvideopreis. Ähm, ja, wie gesagt. Gucken wir mal, was da so abgeht. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, ich muss euch ganz kurz was erklären. Ich weiß, dass der Großteil von euch zu Fernsehen 3.0 gehört. So nennen wir das die ganzen Jungs, die hier in den Ecken hinter diesem Monitor, hinter den Kameras stehen. Da oben sind welche, die die ganzen Lampen hier liegen. Ich bin so Fernsehen 2.0 und zwar Fernsehen 2.5. Ich sag's ganz offen, wie's ist. Ich bin der Marco. Meine Aufgabe ist, euch alle zu begrüßen und so ein paar Dinge zu erklären. Wie das so funktioniert, wenn man in einem Saal ist, wenn Kameras auch eingerechnet sind und so weiter und so fort. Und so eine Kleinigkeit, wie man sich verhält. Ich würde euch um Folgendes bitten. Bei Fernsehen 2.0, ja, das ist alles das, was in den letzten 30 Jahren stattgefunden hat. Bei Fernsehen 3.0, wenn so eine Award-Veranstaltung ist, dann sitzen die Leute immer so total hochgeschlossen, gucken total bitter und machen einen Mitleidsapplaus, wenn einer auf den Bühnen Tag sagt. Ich bin der Meinung, bei Fernsehen 3.0 kann man ein bisschen aus sich rausgehen. Ja, das geht nicht, dass hier an der Seite, dass teilweise so, ach guck mal, der arme Friseur ist gestorben, sondern einfach mal so denjenigen, der da vorne steht, ein bisschen Augenhundern angucken und dann bitte komplett aus sich rausgehen. Egal, ob man da hinten sitzt, aber bitte, ob man da ganz oben sitzt. Euch möchte ich jetzt, genau, wink mal zurück, euch möchte ich jetzt schon mal zurufen, bitte springt nicht. Und wenn da, der kann auch euch gewinnen, wenn ihr da oben sitzt, auch mal weg oder ob ihr da sitzt oder da sitzt. Das geht mit ein bisschen mehr Würfe. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Deutschen Wettvideopreis 2015! Wir wollen jetzt nicht so lange machen, wir wollen jetzt nicht so lange machen, wir wollen jetzt nicht so lange gehen. Was ist hier? Was ist hier? Hier haben wir mitgekommen! Ich bin nicht so lange! Was ist hier? Ich kann von den Lippen lesen, ja? Hier sitzen einige, die in älteren Semesters, die sofort... Oh, sie ausbauen, da ist er! Das ist er nicht, die ganzen Jungen fangen sich gerade, oh, sieht her, ja? Da hinten irgendwie einige, nämlich direkt... Jesus, der kann übers Wasser gehen und fragen. Man schickt immer den bestaussehendsten männlichen Mitarbeiter raus, damit ihr vorher das Publikum begrüßt. Und der ist krank geworden, deswegen darf ich das heute tun. Und ich habe einfach keine Angst, aus dem ganz einfachen Mundel... Der ein oder andere, wie die Jungs irgendwie hier fragt, was soll der Scheiß denn? Christian Ull, mag man es ganz anders vorgestellt, warum hat der Tisch noch mal auf oder sowas? Hier kam ein Mitleidsapplaus, das geht gar nicht. Bitte niemals bei so einer, oh, guck mal, die arme Sau, kriegt bestimmt keine Freunde da ab, oder ich komme aus Köln, ich kriege doch nicht mal einen Mann ab, ja? Das bitte niemals, niemals bei so einer, bei so einer Sendung Mitleidsapplaus, oder irgendwie, hier waren teilweise, hier waren einige, die wussten nicht ganz genau, Ja, das ist jetzt schon zur Show, sind wir schon live drauf, oder sowas, die wir einfach total verständnislos angeguckt haben, na? Das kannst du sehr, sehr gerne machen, ich bin mir von gar nicht füßen, machst die ganze Sendung rüber. Hier, Moment, 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 hier packts ab, was, was hier vorne sind. Es ist jetzt alle so, äh, wir können das nicht, wir sind jetzt ganz vorne, rechts von der Bühne. Bitte niemand, bitte, ihr müsst ein bisschen aufpassen, hier, ich weiß, wer hier sitzt, hier sind klare Gäste, ja, bitte. Niemals in der ersten, ich bin einfach ein Junge, ich hab das schon bald wieder, das geht nicht, ja, auf gar keinen Fall machen. Der Junge meinte, du machst das sehr, sehr gut, du hast dieses Fernsehgesicht aufgelegt, ne, ich meine nicht, du bist kein junger Mann, ja? Du bist, du bist, komm, hier, komm mal auf die Bühne, komm mal auf die Bühne, da meine Damen und Herren, das ist doch kein junger Mann, oder? Ja, das ist doch kein junger Mann, oder? Das ist doch, das ist doch kein junger Mann. Aber hast du gemerkt, hast du gemerkt, du hast keinen vernünftigen Applaus bekommen, du musst einfach mal deinen Hintern zeigen, dann sagt das, los, komm, zeig deinen Hintern! Komm mal hier, entschuldige, sie sehen, dass wir, wir haben das hier, wir haben das hier, wir haben das hier. Und noch 10 Sekunden. Komm mal hier, wir haben das hier. R不會, wir haben das hier, wir haben das hier. Applaus Applaus Ausgezeichnet Was mit dem Geld? Oh, das muss sich Herr Bergmann keine Sorge machen. Seine Videos haben über 90 Millionen Aufrufe. Selbst wenn Minecraft nicht kennt, wird das hier nicht trauernde Typen möchtet. Verdammter Bad. Geschichte, vor allem die deutsche Geschichte, die vielen Videospielen als vorher. Sie betrachtet ihn sehr tierisch, äußert sich zwei Alt-90s und löst damit eine Kontrovers aus. Call of Duty, Tanksplay is in a parallel universe where the American has actually won the war. Bisher gibt es nur den Trailer zu einer noch nicht existierenden Serie. Eine zu gute Idee, um es bei der Ankündigung zu belassen. We want more of this shit! Die beiden haben für das Schwerbegebnis im ganz neuen Thema beschäftigt. Statt Highscore und Ego-Shooter Charizard. Dass wir als Spieler-Community reisen können, ja das können sich viele nicht mal vorstellen. Und deswegen hat es an diesem Wochenende Stream für den guten Swag-Zweck-Produkt. Falsch ehrlich gesagt, böse. In 30 Stunden sammelte die Community über 30.000 Euro an Spendengelder. Beteiligt waren unter anderem Rob Bubble, die Space Crocs, Q-Birds und Future. Den Gewinner verkünden jetzt Pete's Meat! Wenn man geht und ein Video hört, dann denkt man eigentlich normalerweise direkt an Let's Play. Es ist aber kein einziges Let's Play nominiert. Und das liegt glaube ich daran, dass es mittlerweile etabliert ist. Und das ist nett gesagt, weil es kommen glaube ich jeden Tag 8 Trilliarden Let's Plays raus. Und davon die Hälfte ungefähr bei uns auch. Aber es gibt Gott sei Dank Künstler, die weiterdenken und die mit Gaming und Webvideo mehr machen als nur Let's Plays. Beispielsweise kann man Gaming nämlich auch dazu, um die Serie in Filmqualität darzustellen. Oder um Satire und Parodie wie gewisse Würze zu verabreichen. Oder einfach mal mit Gaming was Gutes zu tun. Und das Ganze, also in unseren Augen hat halt jeder von den drei gewonnen, weil das sind alles schlimme Sachen, man mit Gaming machen kann. Aber wir haben das nicht zu entscheiden, weil sonst hätten wir selbst gewonnen. Sondern das hat natürlich die Community entschieden und deswegen dürfen wir vermitteln, dass der Gewinner vom Deutschen Webvideopreis 2015 der Kategorie Gaming ist Sieg Heil. Applaus 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 Halt, hau, 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 hau. Kaffee jaa, hau, 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 hau. Was haben Sie wohl gemacht? Da war es ja nicht. So schön. Fick jaa. Das hat mir wirklich niemals gedacht, denn wenn man gegen so im Moment ja auch Konkurrenz antritt, dann haben wir eigentlich den Herzen. Wir gehen mal hin, hoffen wir kriegen Bier, wir haben keins gekriegt, egal. Wir wollen uns auf jeden Fall bedanken, bei vor allem drei Leuten, die das möglich gemacht haben, mit möglich gemacht haben. Daniel, Daniel hat uns beim Schnitt und beim Drehen geholfen, die tolle Schrift, die im Trailer zu hören ist, ist von Martin. Und das müssen wir an der Stelle mal sagen, diese Idee hätte es nie gegeben, wenn Frodo, also Max, der hier auch mitmoderiert nominiert war, wenn der nicht damals gesagt hätte, als wenn ihr beide mal einen Kanal zusammen machen würdet, der müsste sie keinen heißen. Also danke Frodo, das ist deine Idee. Vielleicht, dann kann ich jetzt hier vielleicht auch ganz exklusiv sagen, Sieg Heiden geht weiter. Und zwar exklusiv nur hier und Bramben. Bramben, toll, dass du dabei bist, Dankeschön. Soll das dann Bramben Heiden heißen oder was? Bramben Heiden. Scheuer! Ja, dann kannst du... Scheiß... Gas in ein Mikro! Danke. Danke. Applaus 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 So, wir sind zurück vom Web-Video-Preis 2015 mit dem Hanna ... äh mit dem Hanna mit der Hanna und dem Carsten. Aber ich merke, wir haben mittlerweile halb eins oder halb nachts, oder? Halb eins, ja, das stimmt. Ja, ziemlich genau halb eins. Es war ein sehr, sehr geiler Abend. Es war ein sehr, sehr cooler Abend. Wir haben uns sehr gefreut. Diese 10, 11 Euro haben sich wirklich gelohnt, die wir dafür ausgegeben haben. Wir waren jetzt alle zu dritt zum ersten Mal da. Es war wirklich toll. Wir haben zum Schluss noch mit den ganzen Pete mit ihm sprechen können. Also von denen, die da waren? Genau, von denen, die da waren. Das waren Pete, Bram, Chris und Seth. Also eigentlich der Lausher, Jay. Und Hardy. Ja. Ich kann das eigentlich nur genauso sagen. War eigentlich komplett geil. Der einzige kleine Punkt, den ich habe, war der roter Teppich. Den fand ich echt ein bisschen Verarscherei. Der war echt relativ pur, damit er dann im Fernsehen und in den ganzen Livestreams so aussieht, als wenn da jetzt sich tausend Leute rumstehen würden. Wobei da nur 500 Leute hin durften. Also ansonsten war es echt einfach nur geil. Hanna, hast du noch was zu sagen? Ja, eigentlich nicht. Also eigentlich wurde schon alles gesagt. Es war halt ein super toller Abend. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, für mich ein bisschen schade. Ich hätte mich noch gefreut, ich war kurz mit LeFloid zu unterhalten. Hat leider nicht geklappt. Ist aber jetzt auch kein Beinbruch. Wir hatten dafür andere sehr nette Gespräche. Ich übergebe mir wieder. Und was natürlich auch noch sehr toll war, wir hatten wie gesagt mit den Peetsmith-Ducks gesprochen und wir haben den unserem Peetsmith-Fanserver noch vorgestellt, wovon auch Bram schon was wusste, weil er ja damals zu der Peetsmith-Battle-Arena hat er ja den Link geteilt zum Trailer. Was denn? Damals. Damals. Und was ich cool fand, ist, dass die sich wirklich extrem viel Zeit für ihre Community genommen haben. Die sind da wirklich jeden einzelnen Leute, jeden einzelnen Menschen abgelaufen, haben denen Autogramme gegeben, haben denen mit den Fotos gemacht und ich freue mich definitiv aufs nächste Jahr. Und so wie Sepp auch schon gesagt hat, darf ich das sagen? Für in zwei Wochen? Stimmt. Okay, also Sepp hat auf jeden Fall gesagt, dass die höchstwahrscheinlich alle zum XXL-Tuber-Day kommen. Zerviert? Okay, alles klar. Gut. Bram, Jey, Hardy und Chris. Das ist zumindest die letzten beiden Jahre so gewesen. Okay, alles klar. Ja gut, von Peter konnte ich nichts mehr rauskitzeln, da habe ich einfach nur gesagt, vielleicht bis in zwei Wochen, darauf anseiten hat er nur mit Jörg geantwortet. Mal sehen, wie das so wird. Das Web-Videopreis 2015-Video ist damit auch am Ende. Wir haben es jetzt Montagmorgen um halb eins, wie der Cast eben schon erwähnt hat. Sonntag. Sonntag, Entschuldigung. Sonntagmorgen. Ich werde heute wieder meine Heimreise antreten und dann werden wir uns in zwei Wochen zum XXL-Tuber-Day-Wiedersehen, wo dann auch der Tobi mit dabei sein wird. Habt ihr noch? Und viele weitere. Und viele weitere. Ja, und viele weitere. Ja, wollt ihr noch was sagen? Nee, Entschuldigung. Ich freue mich auf mein Bettchen. Okay, alles klar. Hanna freut sich auf sein Bettchen, äh, auf ihr Bettchen. Ah, nee. Also Hanna freut sich auf ihr Bettchen, ich mich auch und ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Achso, und falls ihr die ganzen Sachen nochmal in der Mediathek anschauen wollt, das Ganze gibt es natürlich auch online. und ich packe die ganzen Sachen in die Videobeschreibung, sobald... Und ja, aber nicht beim www.medvideopreis.de, oder? Achso. Ja, na gut. Also, sobald's verfügbar ist, kommt's in die Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis in zwei Wochen zum XXL-Tuber-Day 2015 in Bottrop im Mowipark in Germany. Haut rein, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.